Schön in den Wald hinein, solche undankbaren Menschen. Aber egal, ich habe jetzt genug Fleisch, das ist gut. Das brauche ich auch. Schade, dass ich das mit dem Meditieren so spät erst gesehen habe. So, da brauche ich aber wieder am besten das. Das war echt gut. Ja, scheiße, die sind so stark. Ich hätte jetzt erst mal meditieren sollen. Oh, nervig. Ich kann das jetzt nicht machen. Vielleicht kann ich ja so weit wegrennen, dass sich das hier mal beruhigt. Ah, jetzt. Lalalala, mir geht's besser, mir geht's besser und ich bin jetzt voll. Jawohl. Jetzt kann ich da wieder hingehen und die aufmucken. Jetzt kann ich wieder angreifen. Du wirst es nie lernen. Ich hoffe, das sind die jetzt überhaupt auch. Kommt nur, meine Lieben. Wähler. Kommt, schlag ihm den Kopf ab jetzt endlich. Oh, nervig. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Gut, jetzt sind sie abgelenkt. Vielleicht macht... Ne, der Bär macht es nicht für mich. Schade, ich hatte schon Hoffnung. Genau, jetzt stirb, du Arschloch. Du pannert, du blöder. Du wirst es nie lernen. Oh, im Himmels Willen. Jetzt erst mal was... Erst mal jetzt noch mal meditieren. Wurrp. Oh je, war das knapp. Das war knapp. So, jetzt erst mal alles hier einsammeln. Geil, der Bär gibt viel, das ist gut. Oh, und wo ist jetzt das Haus, was gebrannt hat? Oh, es ist jetzt schon zu spät. Ah, da. Nur noch ein Arschloch übrig. Ja, ja, keine Panik. Oh, du Arschloch. Der ist wendig. Der ist wendig, der Sack. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, ja, keine Panik. Du brätst ja eh schon eigentlich nach drei... Seit drei Tagen, so oft ich meditiert habe. Aber ich werde dich gleich retten. Nein, verpiss dich. Genau, stirb du blödes Arschloch. Du... Fällt dir ein, einfach eine Frau zu verbraten. Ja, ja, ich komme gleich. So, jetzt ist Ruhe im Puff hier. Du hast nichts für mich? Hätte mich auch stark gewundert. Es wird erst mal gegessen. Ich nutze das Feuer gleich aus und... Oh, ich habe viele Waffen bekommen. Viele Waffen geklaut. Sind aber alle nicht so gut wie meine. Hm. Habe ich jetzt ja viel eingesammelt hier. So, wie dem auch sei, jetzt esse ich erst mal. Und dann rette ich die Dame. Ja, wie kann ich dir denn jetzt helfen? Hallo? Ich will dir helfen. Wie kann ich der denn jetzt da raushelfen? Hallo Mädel, hier ist das Fenster. Muss doch irgendwie wegzumachen sein. Das wäre ja ein bisschen erbärmlich. Ah, okay. Hallo? Komm doch. Was war denn los? Warum wollten die dich bei lebendigem Leib verbrennen? Sie wollten mich ausrauben. Ich habe ihnen nicht verraten, wo meine Wertsachen sind. Da haben sie eine Ladung Feuerholz geholt, mich eingesperrt und das Haus angezündet. Sie wollten dich wohl umstimmen. Aber selbst wenn du geredet hättest, sie hätten dich kaum am Leben gelassen. Ich muss dir noch für deine Hilfe danken, Wadgern. Mein Geld liegt in einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Nimm, was du willst. Es ist derzeit gefährlich, zu viel zu besitzen. Danke. Leb wohl. Ob ich das wohl auch gefunden hätte, wenn ich sie jetzt nicht gerettet hätte. Mal gucken. Hinter dem Haus in einem... Ah, hier wahrscheinlich. Eh, wohl doch nicht. Na, geil. Hm. Du Lügnerin. Das müsste doch dann hier sein, oder nicht? Hm. Hinter dem Haus in einem hohlen? Ja, wo denn? Das ist ja ihr Haus. Es wird gesagt, hinter dem Haus. Die hat mich angelogen. Dafür muss jetzt ein Wolf sterben. So. Genug jetzt. Hm. Hallo? Geld? Ist die noch da? Würde ich die gerne noch mal drauf ansprechen. Natürlich ist sie nicht da. Du Miststück! Nee, also ich hab das Geld nicht gefunden. Stimmt, warum eigentlich nicht hier irgendwas einsacken noch? So. Nee, ich hab das Geld nicht gefunden. In einem hohlen Baumstumpf. Oh. Was machst du denn? Vielleicht hier? Das wäre ja aber ein bisschen abgespaced, oder? So. Das kann doch nicht sein. Ich hab mich verarscht. Also ich find hier ehrlich gesagt nichts. Ist so faul zum Laufen. Komm her, Horst. Schneller! Und jetzt kommst du von der ganz anderen Seite. Kannst du zaubern. Kannst du? Dann gehen wir jetzt mal zu dem anderen, unerkundeten Ort. Da sind hier schon wieder so viele Gegner. Das ist nämlich echt anstrengend teilweise. Natürlich sind da wieder ein Haufen von Gegnern. Und deswegen esse ich jetzt erstmal Fleisch. Oder am besten ich meditiere einfach noch eine Runde. Dann heile ich mich ja schon von selbst. Und voila. Bloß die Arschlöcher haben mich jetzt schon entdeckt. Das sind schon wieder die Scheißdinge. Auf die hab ich ja echt null Bock. Null Bock hab ich auf die. Weil es sind immer so viele. Hm. Für die war ja eigentlich schon Feuerschaden, Schutzschild. Für die, was war für die eigentlich am besten? War fault irgendwas? Ihr Scheißdinger. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. So. Stirb. 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 Oh, solche Arschlöcher. Die haben mich schon fast wieder getötet. Aber jetzt gibt's Rache. Diese Schweine, diese Schweine, diese elendigen. Oh, verpiss dich doch. Hier kann man doch gar nicht richtig kämpfen. Das werden noch gar nicht weniger irgendwie. Ich muss noch mal meditieren. Ich muss noch mal meditieren. Das geht so nett. So. Es werden echt nicht weniger. Im Gegenteil. Ich muss noch mal meditieren. Muss ich da hin, wo es gewollt ist. Okay. Vielleicht kann ich die einfach abknallen von hier oben. Das wäre sehr toll. Das macht denen halt kaum was aus. Das macht denen halt kaum was aus. Nee. Aber ich muss da hin. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Soll ich in die Nähe des Nests begeben und dann X drücken. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Zerstöre es bitte. Ich hab nicht die richtige Bombe. Oh, Leutz. Oh, Leutz. Oh, ich bin besoffen. Scheiße. Der ist besoffen. Na toll, wo kriege ich die denn dann her? Oh. Ja, mach los. Was ist das? Na ja, irgendwie nicht die richtige Bombe. Ja, ja, verpiss dich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich würde da gerade einfach nur sehr gerne hochgehen. Gute Frage. Die rennen ja vor mir weg. Die rennen ja vor mir weg. Da muss ich erst mal diese Bombe finden.